einen wunderschönen guten morgen liebe freunde der sonne herzlich willkommen zu einem weiteren let's play play mit praxis wo sind wir jetzt gerade ja wenn das mal gekommen na 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 oh nein oh nein aber wir haben es geschafft ohne dass sie uns getroffen haben sehr schön aber ich fülle mal meine sie auf und wieder gehen rein so munition ist ach ja wir haben ja keine munition mehr geil fällt mir jetzt gerade auf die 13 schuss ist das letzte also wir können natürlich noch unsere glue kanone nehmen oder so aber im großen und ganzen müssten wir jetzt eigentlich erstmal versuchen in recycler und den kanten recycler von unseren herstellung das ding zu finden damit wir damit wir momentan hast du in den zähnen ein stück pfeffer so ja damit wir halt uns neue munition herstellen können oder wir finden einfach mal welche auch man findet halt so gut wie oh das sieht cool aus das sieht richtig cool aus sieht jemand ja das bild hätte ich auch gerne privat das sieht toll aus das ist auch okay alles anders besser please swipe your tracking bracelet to recall your reservation please hold your transfer bracelet welcome morgen you stars im aufwind das hatten wir schon ja man findet leider so das ist leider so gut wie gar keine munition also wir warten schon hier im spiel dass man mehr oder weniger sich die munition halt herstellt und das haben wir hier ist gar nichts in dem kino weil die mich verarschen oder was aber nicht die munition herstellt und eben nicht das gibt es ja gar nicht nicht findet also man kann sich auch finden aber eher selten ja auch das nervt fack ist nichts drin wie geil kann man in die kisten nicht reinschauen man da sie das und dreck zioniden ist moment war es ist direkt irgendwo eins ich würde halt gerne rein gucken um rauszufinden ob wir irgendwas ist weil wenn der ist genauso geil ist wie schöne musik wie im anderen vor für raum dann brauche ich meine munition verschwenden dann wirst du ich meinen scheiße scheiß drauf Das sind zwei Stück noch, also, ne, drei. Oh, noch einen neuen Schuss, Freunde. Fuck. Das ziel ich so gut, aber trotzdem. Also, die Musik ist erstmal geil, aber weh, hier ist jetzt nichts, komm, ey, hier waren zwei Nester, verarscht mich nicht. Fuck. Hey, ich hab deinen Klebezettel gefunden, unter dem Tisch, mit deinem Passwort. Warte, du warst unter meinem Schreibtisch? Weißt du, du musst gut auf dein Passwort aufpassen, okay? Hey, ich pass auf dich auf, weil ich dich liebe. Du liebst mich? Ich liebe dich genug, um unter deinen Tisch zu krabbeln. Ich habe auch absolut nicht nach dem Stift gesucht, der mir runtergefallen ist. Schmeichlerin. Finde Stimmproben, Fortschritt, 60%, na, immerhin. Hat sich's doch fast schon gelohnt. Munition, Freunde, ich brauch verdammt nochmal Munition jetzt, mal ganz, ganz doll ohne Scheiß. Ach man, man habt ja alle keine Munition mit, scheiß Glucanone, braucht doch keiner. Freizeitbereich. Da kommt wieder eine Ebene tiefer, oder? Ich weiß nicht, ob ich da jetzt reinspringen will, wenn ich ehrlich bin. Ist ja irgendwo was zum Herstellen? Fabrikator, Fabrikator, Ebene 3. Fab... Ne, ist ein Dispenser, fuck. Fuck! Recycler aber kein Fabrikator, nice. Ich meine, die fremdgesteuerten Menschen will ich eigentlich eh erstmal nicht umbringen, aber... Komme ich denn da rüber? Komme ich denn da rüber? Wahrscheinlich könnte ich, wenn ich ganz gut bin... ...auf die Lampe springen und von der Lampe dann rüber, aber... Hm... Will ich das machen? Ich habe halt Angst, dass ich es nicht schaffe, den Sprung und dann auf irgendeinem Typ da lande. Äh, ich speichere mal. Aber ich werde ja mit euch, dass das super funktionieren wird. Ich wusste es! Wuh! Wuh! Ich wusste es! Nice! Ich meine, man kommt hier auf Garantie auch anders hin, das ist mir auch bewusst. Oh, die ist eingegangen. Aber ich wollte halt jetzt hier hin. Mimik, was sonst? Ist hier noch irgendwo einer? Ne. Okay. Haben wir den Mimik erstmal identifiziert. Und... 18 will ich eigentlich nicht... Brett Seidel! So, das war's, das war's, das war's. Brauche ich eigentlich nicht reparieren, ist da nur ein Mimik und den mache ich eh wie der Zange platt. Du hast keine Puppen mehr. Vielleicht verinnerst du ja. Okay, Elias... Eurig! Eurig ist in der Dunkelheit hinter der Turmtür verschwunden. Das einzige, was ihr noch von ihm seht, ist seine Blutspur. Aber die Steinplatten scheinen das Blut irgendwie aufzusaugen. Und die Ritzen schimmern rot. Meine Fresse, Abigail! Sei nicht so ein Feigling! Entweder gehen wir durch die Tür... Vergiss es! Es hat gerade unseren Krieger gefressen! Wenn du es nicht mit dem ganzen Schwarm Rattenmenschen aufnehmen kannst! Charaktername... Hordin Baffel Flakdust Terrors. Fatal Fortress, Hordin Baffel... Achso, das ist das Spiel. Das ist eine Karte von dem Spiel, was die gerade hier aufgezeichnet... Also wir werden gerade anhören als Aufzeichnung. Das ist ja geil. Hordin Baffel Flakdust Terrors. Das ist auch ein merkwürdiger Name. Spieler Zach. Alter 53. Ich glaube 6,1 groß. Also halt diese englische Größe leider nicht in Zentimeter oder so. Description... Blaue Augen... Ach ich muss halt... Ich sehe es echt schwer zu erkennen. Blaue... Also kleine... Man kann nicht reinzoomen. Blaue Augen... Schneeweißer Bart... Stärke 7... Intelligenz 17... Ausdauer 14... Ausdauer 14... Konstitution 11... Das kann ich nicht richtig lesen... Tumble... Soll das Tumble heißen? 2... Rope Use 1... Dodge 1... Ausweichen... Das weiß ich nicht... Tar... Irgendwas... Bear... Barter... Barter... Keine Ahnung... Und hier Hegel... Hegel... 2... Equipment... Was? Wei... Wei... Wineskin? Hä? Irgendwas... Scroll... Blendern... Redmon... Ok... Da unten nochmal... Also auf Skills... Wahrscheinlich Schleichen... Ach komm... Ist auch egal... Zauberloses Wunder! Haben wir keine Wahl! Elias? Ich meine... Alrik? Hauptmann Alrik! Kann ich ihr antworten? Natürlich nicht! Ihr hört nicht! Die Oberfeste! Blinde Ogre können mit Gongs um Hilfe rufen! Versucht zu verhindern, dass Grandesastrio weiße Juwelen gegen Negros einsetzt! Plus ein Schlossbonus für den, der Trips Rätsel löst! Aus der Dunkelheit! Sie hat Alrik vollständig verschluckt! Ok... Ich entzünde eine Fackel und... Hey Leute! Tut mir leid, bin spät dran! Das Betriebssystem der Station wurde aktualisiert! Ich musste Bella mir die ganze Zeit die Hand halten! Abby, hast du meinen Charakterbogen? Du... hast es geschafft! Ja! Hier! Ok... 80%! Nice! Meisterhandbuch zu Fatal Fortress! Sechster Ausgabe! Fatal Fortress spielt in einer Welt ohne Sonnenlicht! Als Spielleiter werdet ihr eine Gruppe tapfere Abenteurer durch fungelnde Höhlen führen, in denen Rattenmänner hausen! Ihr werdet sie in die Schlacht gegen Jahrhunderte alte Gräuel schicken und die Tiefen das geheime Herz der Fatal Fortress selbst führen! Im Gegensatz zu anderen Spielen gibt es in Fatal Fortress keine Charakterklassen! Die Spieler werden den Gegner dazu angehalten, auf ihre eigene Weise zu spielen, indem sie Fähigkeiten so miteinander kombinieren, wie es die jeweilige Herausforderung bedarf! Das Spiel verfügt darüber hinaus über ein spektakuläres Magiesystem, bei dem Spieler ihre eigenen Zaubersprüche erschaffen können, indem sie Runden zeichnen und kombinieren! Jeder Spieler benötigt einen Charakterbogen, eine Spielfigur, die ihren Charakter auf der Schlachtkarte repräsentiert, einen vollständigen Satz, vielseitiger Würfel und jede Menge Abenteuerlust! Hallo, ich möchte das auch spielen, bitte! Ich möchte jetzt nicht mehr Prey spielen, sondern das, was ich gerade gelesen habe! Vielen Dank! Fatal Fortress Rosaline Swift Oh nein, mein Handy ist noch laut! Das war auch lange nicht mehr, oder? Ich mach's mal laut los! Okay, 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 okay! Ja, ist jetzt auch egal, warum ich auch nicht weiter angucken! Was ist das letzte hier? Alrik Steffelbos Schatzkarte! Ja, okay, ich glaube, ich gehe den Schatzkarten eh nicht nach! Oh, der ist ja sogar ausgemalt! Captain Steffelbos! So, ich glaube, wir haben jetzt hier alles! World Map! Ach, geil! Guck mal! Linda Shadow Corner! Das ist ja geil! Das ist mir gar nicht aufgefallen! Ha! Nice! Geiles Spiel! Das möchte ich auch mal spielen! Vielleicht koppeln sie es ja aus! So, haben wir jetzt alles! So, haben wir jetzt alles! Ist hier jemand? Hallo, bitte nicht! Ich... Ich würde keinen Stress machen! Ich möchte niemanden verletzen! Aber ich glaube, ich würde die dann einfach bewusstlos schießen mit meiner... Kanone! Also mit dieser Elektro-Irgendwas-Schock-Kanone! Zum Beispiel! Pulsergeist Scant abgeschlossen. Weitere Proben benötigt sie. Sie sind nicht bekannt, da deren geringe Anzahl angemessen ist durch den Beschweren. Bitte beachten Sie, dass Eindämmungszellen zur Studie der Phantom Genesis vollständig gereinigt werden müssen, damit keine Poltergeister übersehen werden. Okay, muss ich den besiegen? Der scheint ja gegen mich zu kämpfen. Mit mir macht er noch keinen Schaden. Okay, okay. Wenn es nicht sein muss, dann kämpfe ich nicht gegen ihn. Mach's gut. Es scheint nicht sein zu müssen. Sehr gut. Weil ich habe eh keine Munition, da bin ich... Oh, scheiße. Okay, ich muss gegen ihn kämpfen. Wollte gerade sagen, ich bin über jeden froh, der mich in Ruhe lässt. Ah, das zieht aber viel ab. Da hinten sogar zwei Schuss schon reichen. Oder halt auch nicht. Aber wir haben es trotzdem, denke ich, ganz gut gelöst. Dafür, dass das doch... ...ein unsichtbarer Gegner war, bin ich zufrieden mit meinem Kampf. Es geht doch alles mit der Zange irgendwie, halt nur nicht so geil. Ah, Controller. Hier wurde alles gezockt auf einem riesengroßen Bildschirm. Was haben sie denn gezockt? Prey? Ja, Mülleimer. Und, ach. Jetzt ist auch der Freizeitbereich. Kann man natürlich auch nicht kaputt machen, die Plippermaschinen, zum Glück. Tischtennisplatte. Die ist aber ziemlich niedrig, die Tischtennisplatte, oder? Also, würde ich mal sagen. Dumpier. Hier, was nicht getrunken wurde. Chin. Munition, Freunde. Oder halt so ein Herstellungsding hier. Fabrikator. Aber ich glaube... ...die werden wir so schnell nicht finden. Ich meine, ich könnte auch zurückgehen. Da habe ich keinen Bock drauf. Was ist das? Halt. Global Unity Spiele. Die Global Unity Spiele sind beendet. Allerdings steht ein Medaillenspiegel aufgrund von Anschuldigungen in Hinsicht der Verwendung neuraler Verbesserungen und der neuesten Medikamente immer noch nicht abschließend fest. Jedes Jahr werden bei diesem Spiel Rekorde gebraucht, was auch diesmal der Fall war. Und zwar in beeindruckendem Maß. Oder Maße. Lag da schon die ganze Zeit hier? Nicht gesehen auf jeden Fall. War das? Okay, jetzt gucke ich mal, ob er die da mit... Scheint zu gehen. Nice. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie lange das hält, aber... Bewusstlos. Die anderen waren ja auch bewusstlos und die lagen ja ziemlich lange da. Also ich glaube, der wacht erstmal nicht wieder auf. Das ist gut. Kleine Fliege, munteres Tier, unachtsam, verscheucht von mir. Gleiche ich dir fliege nicht und bist nicht du ein Mensch wie ich. Denn ich tanze, trinke, singe, bis Gottes Hand mir bricht die Schwinge. Sind Gedanken, Lebenskraft bin und sie ich dahin gerabt. Dann bin ich glücklich sicherlich, ob lebe oder sterbe ich. Dann ist es natürlich einfach, wenn man die jetzt einfach so platt machen können. Weil ich habe genügend Schuss davon. Alles Gute zum Geburtstag, Papi. Bindung zu Satellit, Daten übertragen. Keine Ahnung, was das macht, aber ich mach's einfach mal. Hi Papa, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich hab ein Geschenk für dich, aber du kriegst es erst, wenn du nach Hause kommst, weil deine Firma so blöde Regeln hat. Weißt du was? Ich bin mit Leder getrabt. Das war toll. Ähm, was noch? Ach ja, Ren hat in einem deiner Cowboy-Stiefel gepinkelt. Tut mir leid. Ich vermiss dich. Sagt Mr. Ju, dass er Kindern erlauben soll, ins Weltall zu kommen. Tja, ich glaub, das war's erstmal. Ich lieb dich. War das eine Tochter oder war das ein Sohn? Könnte man irgendwie, also ich würde auf Tochter tippen, aber ich konnte es nicht so ganz zuordnen bei der Stimme, ob das jetzt Tochter, also weiblich oder männlich war, ich würde sagen, war die Tochter. So, wo sind wir denn jetzt? Gucken wir mal ganz kurz auf die Map, okay. Da kommen wir wieder da hin, passt. Von wo bin ich denn gekommen? Bin ich von da gekommen? Bin von hier gekommen. Dann bin ich da hochgelaufen. Und da bin ich gerade rausgekommen. Hier war er schon drin. Das waren, glaub ich, drei fremdgesteuerte Menschen. Stufe 2. Können wir also knacken, wenn wir wollen. Gucken wir erstmal herein. Eindringling. Bitte helfen Sie mir. Jemand versucht, in mein Zimmer einzubrechen. Ich kann mich nicht verstecken. Beeilen Sie sich. Argentino Pero. Ein Keller im All. Ernsthaft? Mein Apartment hat keine Sicht auf das All. Überhaupt gar keine Fenster. Was wünscht sich ein Besucher einer Raumstation wohl am meisten? Sie haben doch sicher eine bessere Bleibe für Argentino Pero. Prickelt leicht. Ich weiß nicht, was Sie an Bord der Talat unter Sekt verstehen, aber ich kann Ihnen versichern, dass die schale Pisse, die Ihr Concert serviert hat, die Bezeichnung nicht verdient hat. Ich habe diese Zumutung in die Toilette gekippt, wo sie hingehört. Ich will so schnell wie möglich einen Ersatz. Besser noch eine Flasche Old Sarder Bourbon, den Ihr CEO angebnisterschätzt. Und mehr Gläser. Die anderen sind zerbrochen. Neuer Code zum Fitnessbereich. Der Code zum Fitnessbereich wurde geändert. Der alte wurde zu oft alle Angestellte weitergegeben, denen der Service nicht vom Lohn abgezogen wurde. Neue Kombination lautet 2846. Für alle Zahlen Mitarbeiter, die Sie vielleicht vergessen haben. Danke, Emma. Hier haben wir den Code noch nicht, also knacken wir das Ding einfach. Oh, ist aber ein weiter Weg. Komm. Okay, dafür ist der kurz. Es sind immer nur Buchstaben auf der linken Seite, nie auf der ganzen Tasse verteilt. Wir sagen, bevor wir jetzt diesen Raum hier ausnehmen, speichern wir hier und machen wir nächstes Mal weiter. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch lobt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.